Wenn Sie morgen aufwachen, kann Ihre Welt eine andere sein. Computer lauschen in Ihrer Telefonate. Computer werten Ihr Bildmaterial aus. Computer durchforsten Ihr soziales Netzwerk. Und Computer prüfen, was Sie on- und offline bestellt haben. Lesen Ihre E-Mails und kopieren Ihre Anhänge. Checken die von Ihnen besuchten Websites, prüfen Ihre Einnahmen und Ausgaben. Ein Programm erstellt daraus Ihr persönliches Profil. Ob Sie wollen oder nicht. Sie kennen ja noch nicht einmal den Auftraggeber. Aber Sie haben ja nichts zu verbergen. Wundern Sie sich aber nicht, wenn Ihre Bewerbungen zurückkommen, die Kredit nicht bewilligt wird, oder die Versicherung Sie ablehnt, oder sonstige unangenehme Dinge passieren. Auf Sie wird keiner hören. Sie sind nur ein kleines Rätchen in der Datenmaschine. Zeit, ein wenig Sand ins Getriebe zu strahlen. Piraten werden. Ich bin Ronny Riegel, Bundestagsdirektpirat für den Landkreis Augsburg. Ich bin Heide Friedrich Salgado, Ihre Kandidatin für den Bayerischen Landtag im Landkreis Eicher-Friedberg. Ich bin Thomas Zenetti, Ihr Landtags-Pirat für den Stimmkreis Augsburg-West. Aber Sie haben ja nichts zu verbergen.